Hab dein Vogel geflogen, setz dich nieder auf dein Fuß Hat ein Brieflein im Schnabel von der Mutter ein Gruß Hab dein Vogel geflogen, setz dich nieder auf dein Fuß Hat ein Brieflein im Schnabel von der Mutter ein Gruß Okay, und wie komme ich mir gerade ein bisschen bescheuert vor? Also am besten lauter singen, dann macht ihr das meistens Sollen wir einfach nochmal probieren? Okay 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 Kommt ein Vogel geflogen, setz dich nieder auf dein Fuß Hat ein Brieflein im Schnabel von der Mutter einen Gruß Nein, der will nicht Du kommst bestimmt ab, nur verarscht vor Ja, ne? Guck mal, jetzt kackt er auch noch Fein Ich glaube, dass wir anders zusammen pfeifen, aber das bringt ja ganz schrecklich Pfeifen? Genau Ja, gleichzeitig Aber ich sag mal so Die Cora, wenn ich die so sehe, ist sie ganz aktiv mit ihren Bäumchen Die hat sich ja nicht mal umgedreht Nee Muss noch nachlauter Die sind leider zu schlecht Ja, pass mit deinem Finger so ein bisschen auf Die Cora ist nicht unbedingt die... Okay, jetzt guckt sie uns an, lass nochmal probieren Genau Jetzt ist eine gute Drei Vier Kommt ein Vogel geflogen, setz dich nieder auf dein Fuß Hat ein Brieflein im Schnabel von der Mutter einen Gruß Vollkommen unbeeindruckt Du denkst dir wahrscheinlich, boah, seid ihr ja scheiße Wow, Stress Krass